Die Endpunkte können jederzeit die Gespräche abbauen. Nachdem die Video-, Audio- und Datenkanäle geschlossen wurden, werden End-Session-Command-Nachrichten zwischen den Endpunkten ausgetauscht, um die Sitzungen zu beenden. Der bestehende Kanal für Call-Signaling-Nachrichten wird mit einer Release-Complete-Nachricht abgebaut. Zwischen Gatekeeper und Endgerät werden jeweils Disengage-Request bzw. Disengage-Confirmation-Nachrichten ausgetauscht, um dem Gatekeeper mitzuteilen, dass Endpunkt 1 und Endpunkt 2 nicht mehr miteinander kommunizieren.